hejo meine lieben freunde und willkommen zurück zu des hornet ja ich habe mir überlegt ich gehe einfach einen anderen eingang ganz einfach oder geht es doch über oder ja klar weil dann nehme ich lieber den weg hier sind keine hunde ich kann mich vielleicht von hinten anschleichen dann kann ich auch die hunde vernichten aber man spring nicht immer daneben ist doch perfekt ok wasserfall was ist denn da noch mal hinter anwesenden ok was war das jetzt gewesen ich hoffe das waren nicht noch mehr hunde verdammt hier sind noch mehr von diesen flusskriechern kann er mich denn schon sehen falle entschärfen und den rest hier schnappen was haben wir denn hier ok ja nehmen wir mal wir haben ja was jetzt ich berühre den kopfschalter oh oh ok wäre lustig wenn du jetzt in deinen eigenen falle tappen würdest oh da sind viele das problem ist dass die ja nicht wirklich ach du scheiß sind da viele verdammt dass die nicht nur laufen sondern die die können sich ja so teleportieren oder weiß ich nur nicht ob sie sich hier rein teleportieren können so hier ist auf jeden fall die waffe die werde ich mal deaktivieren und dann ist auch ok und dafür lieber zwei von denen aufstellen ok und ich lock sie jetzt mal hier rein denn in der hoffnung dass sie auch herkommen bin ich mir gar nicht so sicher wie ach ist nicht in ihr ernst jetzt ach da war die behinderte abtrünnige hexe dabei ach wo bin ich denn jetzt ja ich weiß ich hätte nur eine sinnlose information bekommen aber das ist vielleicht gar nicht mehr so schlecht ok ok oh dreh ich schneller verdammt ah jetzt hat die mich jetzt die hätte mich dann nämlich wieder gesehen toll wieso greift ach man ey da ist die ich kann ja jetzt zu ihr gehen wartet mal ich kann jetzt mit ihr reden hier ist perfekt ach wer hat sie mich auch schon gesehen hat und deswegen geht sie hier her oh das ist eine normale route ne sie wartet hier denken sie nicht ich bin auf ihrer seite bloß nicht wenn sie ihre hand gegen meine schwestern erheben außer die leila dann sind sie fällig verstanden was können sie mir sagen wenn ihr ritual gelingt ist emily coltwins geist verloren und die leila wird für den rest ihres lebens durch ihre augen blicken und die leila wird als kaiserin herrschen das liegt an ihnen ich hab mein geld mehr brauche ich nicht oh halt wie komme ich denn rein durch die gruft es gibt einen hebel der ein grab öffnet der hebel ist im schuppen mehr weiß ich nicht ja den habe ich ja aber wartet mal ganz kurz ich will was testen sie darf ich ja nicht erfolgen oder doch jetzt darf ich es ich muss sie lahmlegen weil ich muss die anderen auch lahmlegen ich bin ich bin ein richtiges Arschlauch aber es muss sein so wie viele sind es jetzt nochmal wow es sind ziemlich viele deswegen werde ich die Falle trotzdem nochmal so aufstellen wie ich sie vorher aufgestellt habe ich kann sie ja wegnehmen falls ich sie nicht wirklich brauchen sollte aber ich weiß jetzt nicht wie ich das sonst machen sollte ja halt da ist das sind sehr viele ja probier es mal okay okay jetzt weiß ich natürlich nicht jetzt haben sich bestimmt alle beide abgewechselt alle beide Minen wa ja super sodass ich keine von beiden abnehmen kann dafür habe ich sie ja erkauft okay ich töte sie ja nicht ich lege sie ja nur lahm also ist doch alles in Ordnung aber das war schon vorhin viel zu viel für sie da hat sie ja schon rumgeheult von daher musste ich sie auch lahmlegen so hinten ist noch was komm ich nicht durch aha verdammt verdammt okay das ist ein Grund gerade ähm ich weiß aber mal kurz ich muss mal kurz in Mission gucken ich habe Medizin eigentlich immer nie angeguckt mit also goh vielleicht das hier gehört vielleicht dazu hier sollte ich ja irgendwie auch kommen Hier ist doch eine Missionsanzeige Oh, diese Scheißviecher Na komm Und wir gehen jetzt erstmal zum Wasserfall Da liegt eine Leiche Also ist ja nicht entkommen Das sind seine Schätze Das sagen aber jetzt nicht seine Schätze Aber ich hab auch einen Schlüssel aufgesammelt Oh Gott Scheiße, wie leg ich denn die jetzt lahm? Okay, ich könnte den Hund töten Mache ich auch mal Ich kann ja anziehen Sollen wir das mal austesten? Geil Das ist ja eine coole Fähigkeit Was sind die? Ach, da war da So Oh Vorsichtig Nehmen soll sie noch Okay Kam ein bisschen schnell an Ey, die Anziehfertigkeit ist super, Freunde Aha, da haben wir Ach, diese Scheiß-Statuen Da ist noch ein Hund, wa? Wartet mal, der Hund ist aber nicht aktiv Jawoll Kann ich die Statue auch irgendwie auslöschen? Ich glaub aber nicht Ich kann's mal probieren Ne Gut Aber passiert auch nichts Ja, nur dass sie mich hier dann sehen würden, wa? Das ist das Problem Oh, verdammt nochmal Oh, oh Nein Ach, verdammt Das war schon wieder verdammt knapp Was war denn das jetzt gewesen für ein Artefakt? Jetzt hab ich nicht hingeguckt Ach, so Also ein normales Ach, verdammt Da war es noch zu sehen Scheiße Oh, Polzen Das ist gut, weil ich hab so viele verbraucht Ja, halt, da ist Teleportiert sich die Bitch hinauf von meinen Augen, ey So, ey, die Pisse Ich weiß ja, die Statue Aber die guckt ja nicht in meine Richtung Okay Komm ich da wieder ran? Ich könnte mit meinem Ach, nee, das ist Blödsinn Ich wollte gerade sagen, mit meiner Fähigkeit könnte ich ihn ja wieder zurückholen Den Bolzen, aber Ist jetzt hier irgendwas noch verpasst? Da liegt noch was Was hab ich denn das eben nicht gesehen? Arrg Geh Ja, das ist nice Okay, das ist alles im Gebäude Nö, das ist Achso, das ist hier Gut, dann schnapp ich mir das noch eben Noch einen weiteren Schlüssel Kohle Ah, Lehmstränke brauch ich jetzt nicht unbedingt Hier könnte ich reingehen, aber Brauchen wir jetzt erstmal noch nicht Da hab ich andere Wege bisher Das haben wir hier vorne Hoffenweise Schlüssel Wo bist du eigentlich? Du bist glaube ich im Gebäude, oder? So, ich weiß, ich renne hier mal im Kreis Jetzt gerade, aber Jetzt gerade kann ich mich mal kurz umschauen Der Friedhof ist da hinten Alles klar Ich wollte eh nochmal zu diesem Zu dem Wintergarten Ja, zu dem Wintergarten Wollte ich eigentlich nochmal Da waren ja noch ein paar Gegner Na Und da sind bestimmt auch noch ein paar Items Können wir hier einfach durchgehen Mal gucken, wo die Statue hinguckt, wa? Ähm, ist gefährlich Komm ich gar nicht so einfach hin? Vielleicht darf es auf jeden Fall nicht hier in der Richtung Bin ich hier im Winter? Hm, nee Da ist noch offenweise Gold Ja, das ist das Einzige Naja, gehen wir jetzt mal ans Gebäude Ach, verdammt Ach, verdammt Das ist ja auch, glaube ich Nee, es ist aber nicht das Gewächshaus, oder? Oh, Mann Hm Gucken beide in die falsche Richtung Das könnte mein Vorteil sein Ich weiß nur nicht, ob sie so Bleiben Bis jetzt sieht es so aus Ha, das Gespräch lauschen wir in der nächsten Folge weiter Ciao Nicht vergessen, Freunde, mir noch ein Kommi zu hinterlassen Über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr da freuen Und wenn ihr auf den aktuellen Stand bleiben wollt, dann abonniert mich doch Bis dann halt